Moin so Freunde, heute öffnen wir 15 Big Boxen und ich hoffe, dass ich eins von den 10 Star Powers oder von den 4 Gadgets ziehe. Let's go, der Hase. Ah ja. Ich hab mir die extra lange angeschaut, ja? Also sie wird jetzt auch was kriegen. Bitzel, ja? Oha, 400 direkt. Das Karadag fliegt. Komm. Hier. Wir können. Wir können so viele Star Powers ziehen, schaut es euch doch einfach mal an. Vielleicht sind es sogar 11 oder so, ja? Und ich kann das zweite Maligette, das heißt, Jessie und beide vom Boot ziehen. Und von Bo habe ich noch nichts gezogen in 4 Monaten. Das ist der Ghetto. Okay. 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 Und dann. Ich kann es doch noch was machen. Du willst. Aber es hat auch mal Zeit, ne? Wurde auch mal Zeit, das ist sowas Tier- und Glück. schade okay Leute die letzte Box wir müssen jetzt eigentlich noch mal was sehen es war viel zu wenig ja Leute ich hab keinen Bock mehr so ich hab mir jetzt noch mal eine angespart ja und da extra für nochmal 10 Minuten reingeschwitzt die muss es jetzt sein das muss die Box werden was hä lol bei so viel Gold ja okay ja okay nehm ich mit nehm ich mit direkt heute zwei Waller mehr die ich in Powerplay zocken kann und es ist Tresorraub draußen ja Alter das läuft doch was äh 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 Vielen Dank.